Ich nehme ein bisschen ganzes, ich würde mir nur eine Hälfte nehmen. Dann nehme ich anderthalb aus. So Leute, jetzt gibt es einen kleinen Snacktest vom 7-11. Wir bauen das ganze Video mal ein bisschen anders aus. Wir haben hier nämlich in jedem Supermarkt, beziehungsweise in jedem 7-11, den es so ungefähr alle zwei Minuten an der Straße gibt, haben die so geile Aufback-Sachen. Ich probiere jetzt hier mal so ein Sandwich. Ich bin zu Hause aus dem Sandwich-Maker, ne? Eigentlich ist es ja auch laut Simpel, ne? Du musst dazu sagen, die kosten glaube ich 20 Baht, also 50 Cent. Und dafür werden die hier heiß gemacht. Das ist geil. Mit so einem kleinen Snack ist das optimal eigentlich. Also das Sandwich kann man nur weiterempfehlen. So, das war mal ein bisschen anderer Anfang. Wir haben euch mal ein bisschen angeführt. Wir sind ja immer am 7-11, wenn wir quasi von unserem Betonkoloss hier losfahren in Bangkok. Da sind wir grad stationiert und haben uns einfach mal gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit auf unseren kleinen Frühstücks-Snack. Sören ist natürlich dabei mit der Honda C-B... C-B-R 500? C-B-R 500F. C-B-R 500F. Ich heute mal mit der wunderschönen BMW S1000RR. Komplett Stock. Und vom Händler. Mhm… Aber irgendwie haben die ja das Kennzeichen vergessen. Ihr kennt ja das Spiel wahrscheinlich mittlerweile. Das juckt die nicht. Wir sind auch gestern in eine Polizeikontrolle gekommen. Da ist Sören mit der gefahren. Da habe ich ein Roi abd Linke hochgeladen, können wir mal auf einen zweiten Kanal auschecken. Und die Polizei hat das eigentlich nicht interessiert, ob das jetzt hier ein Kennzeichen hat oder nicht. Die hat uns einfach nur verwarnt, beziehungsweise mussten ein bisschen Kohleblechen. Aber wenn euch das mal ein bisschen mehr interessiert, checkt das auf jeden Fall mal aus. Aber Kennzeichen war definitiv uninteressant für die. Ja, und für uns geht es jetzt wieder in Richtung, ja, eigentlich eher wieder rauswärts von Bangkok. Es ist wirklich immer wieder anstrengend. Ich habe jetzt mittlerweile echt so eine kleine Expertise, glaube ich, entwickelt hier, weil es wirklich am Anfang sehr, sehr schwer ist, sich daran zu gewöhnen, dass du quasi einfach immer so ein bisschen mit dem Flow gehen musst. Ich bin mittlerweile echt schon ein paar Mal über Rot gefahren, weil das hier irgendwie, ja, irgendwie, ich habe da gar nicht drauf geachtet, da fahren so viele über Rot und dann bin ich mitgefahren und Sören hat mir erst danach gesagt, dass das eine rote Handel war. Aber das ist hier irgendwie alles, wird das nicht so eng gesehen und, ja, ich, ich, ich begreife es irgendwie auch nicht so hundertprozentig. Das ist einfach hier eine andere Nummer. Filtern ist hier wirklich die ganze Zeit angesagt. Da kommst du nicht so rum und das macht dir wirklich jeder. Du musst nur aufpassen, dass du beim Filtern nicht diese Spur vergisst, wo quasi auch ganz viele andere Leute filtern. Also hier auch nochmal nach rechts gucken, dass nicht gerade ein anderer, der gerade filtert, weil die, die kennen da auch nichts. Die feuern da durch, dass der dem nicht dann im Weg stehst. Ja, ab und zu mal ein bisschen frei. Hier ist übrigens, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder links, nachdem hier der McDonalds ist, ich glaube, hier rechts hinter der McDonalds ist die Kaosan Road. Ich glaube, die müssten die einen oder anderen von euch kennen. Da waren wir jetzt auch einmal und wir fanden es selber ziemlich interessant. Sören war ja schon mal auf Kaosan Road. Ich war auch schon mal auf der Kaosan Road, wo noch kein Corona war. Und jetzt stand 2022, März 2022, das zum Thema Rotfahren. Also das ist einfach manchmal so. Ist auf der Kaosan Road sehr, sehr wenig los im Vergleich zu Phuket. Wir waren vorher in Phuket, konntest du definitiv ein bisschen besser weggehen, ein bisschen besser feiern. Hier ist es noch relativ eingeschränkt und ja, sehr speziell mit Polizei kommt um 12. Die machen dann irgendwie kurz Bilder und gehen dann irgendwie wieder raus. Und dann kannst du irgendwie wieder weiter feiern. Also alles ein bisschen weird noch hier in Bangkok. Aber gut, wir waren eh bloß den ersten Tag hier so ein bisschen unterwegs. Und dann sind wir jetzt hier wieder eigentlich jeden Tag auf den Bikes und kommen gar nicht wirklich dazu. Aber schaut euch einfach mal die Aussicht an. Es ist trotzdem richtig, richtig schön hier. Und wir sind jetzt eigentlich schon relativ außerhalb von Bangkok. Also normalerweise hast du viel mehr Wolkenkratzer und so. Ich muss aufpassen, ich darf gar nicht hier so arg rumschauen, weil es hier echt gefährlich ist. Die fahren hier, das ist auch sehr interessant, die fahren hier nicht schlagartig nach rechts oder links. Egal ob die jetzt blinken oder nicht. Die fahren sehr, also die blinken teilweise sehr, sehr früh und fahren dann sehr, sehr langsam irgendwie auf deine Spur. Und das war die Straße, wo wir hochgefahren sind, wo wir nicht durften, weil wir das Schild da hinten irgendwo gesehen haben. Aber ich bin wirklich erstaunt, weil jetzt zu der Zeit, haben wir jetzt 14 Uhr, geht es eigentlich erstaunlich gut. Wir haben gestern eigentlich echt einfach eine falsche Zeit erwischt. Ich glaube, der Motovlog wird ziemlich lang, das weiß ich jetzt schon, das wird nämlich eine relativ lange gefahrt. Also stelle ich ein bisschen drauf ein, wenn jetzt eigentlich einfach zu viel gebabbeln ist oder ähnliches auf diesem ganzen Motovlogzeug steht. Wir haben ja nicht so wieder da rausgeführt. Ja, ja, gefährlich, gefährlich. Stelle ich schon mal drauf ein. Das wird jetzt viel gebabbeln und viel, ja, ich will euch halt einfach mal ein bisschen die Gegebenheiten hier zeigen, was hier so abgeht, was man hier fährt. Ihr seht schon, hier ist mal zur Abwechslung eine neue Honda CB. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber wirklich, das meiste, was hier rumfährt, sind eigentlich Roller, wie ihr seht. Roller sind die Macht hier. Supersportler mit der BMW. Bin ich hier... Das ist ein Exot, sage ich jetzt mal. Also Supersportler siehst du eigentlich relativ selten. Und wenn dann auch nur nachts und wenn dann auch nur bis unter die Decke getunt. BMW ist übrigens noch... Also die ist so neu, dass sie noch diesen Begrenzer drin hat. Ich glaube die ersten 2000 Kilometer, dass du nicht höher als 8000 Umdrehungen drehst. Und das ist ganz witzig, weil sich das einfach anhört wie ein Limiter. Ich kann das einfach mal kurz zeigen. Das hört sich richtig krass an. Und du hast einfach nur noch Wheelspin. Weil hier ist so viel, also das erkennt man zwar nicht, aber hier ist so viel Dreck auf den Straßen, dass du so gut wie keinen Grip hast. Wir sind ja... Die letzten Jahre sind wir viel auf Slicks gefahren hier. Ich weiß nicht, wer die Videos noch kennt. Von vor zwei Jahren, da hatte David noch seine Cover. Und Sanne noch ihre Yamaha R1M. Und die waren alle mit Slicks bereift. Und das war wirklich der Wahnsinn. Du konntest da eigentlich nicht wirklich Gas geben, ohne dass du gerutscht bist. Das war sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich einfach mal sagen. Also ihr seht schon hier, zu dritt auf dem Roller ist schon fast normal. Wir haben hier schon alles gesehen. Bis zu fünf Leuten habe ich glaube ich schon entdeckt. Das juckt die hier alle nicht. Und auch teilweise mit Kleinkind im Arm. Und auch einfach kein Helm auf. Das ist hier alles so ein bisschen Gang und Gebel. Ich weiß nicht, ob ihr das sieht am Lenkwinkel, aber sobald ich Gas gebe, kommt die mir hier quer. Oh, hier haben wir ja so ein schöner Ford Ranger. Siehst du hier sehr oft zu Pickup Trucks. Sehr beliebt hier. Aber wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass du hier für den Sprit nur einen Bruchteil der Kosten hast. Hier auch wieder ein schöner tiefer gelegter. Mit dicken Schlappen drauf. Isuzu D-Max. Ich weiß gar nicht, ob du sowas bei uns kaufen kannst. So, aber jetzt gibt es erstmal einen Tai-U-Turn. Wir müssen nämlich hier ganz schräg rechts hin. Und das ist immer hier gar nicht so einfach. So, du blinkst jetzt hier rechts. Und dann fährst du hier. Na, eigentlich fährst du hier schon. Okay, das war jetzt ein bisschen scheiße. Das hat schon mal besser geklappt. Normalerweise musst du hier sogar noch früher reinfahren, damit das quasi noch flüssiger klappt. Die Straßen sind ja absolute Frechheit hier. Das geht. Ich gebe nicht mehr viel Gas. Was? Das ist so krank. Und auch gar nicht so ohne, wenn man es nicht weiß. So, hier machen wir mal ein bisschen weiter vorne. Hier, da haben sie auch extra die Dinger runtergemacht. Und rein. Du kannst hier sonst irgendwie nicht wirklich einen geilen U-Turn machen. Deswegen ist das so die einzige und auch schnellste Variante, wie du hier fahren kannst. Oh, die Crackles. Ich hoffe mal, man kommt, man bekommt das gut mit dem Video. Aber das feiere ich schon sehr an der BMW. Angekommen bei David, das war unsere kurze, kleine Fahrt vom Hotel zu David. Hier auch mit seinem geilen Range Rover. Range Rover? Boah, was laber ich, Mann. Ich habe auf die BMW geguckt und habe Range Rover gesagt. Ford Raptor. So ein Ding will ich mir auch mal holen in Deutschland. Mit den dicken Reifen. Ich weiß nicht, ob sowas erlaubt ist bei uns. Aber das ist auf jeden Fall ein schönes, nices Gefährt. Und da mit dem Bike drauf. Ihr habt es vielleicht in der Story gesehen. Die BMW haben wir so abgeholt. Richtig geil. Also, ich würde sagen, ihr schaut mal in die Kommentare, was haltet ihr von Bankungsstraßen. Ist wirklich nicht ohne. Und du kannst auch, wie ihr seht, ich habe Jeans an, ich habe die Protektorenweste von Bikesport an. Du kannst hier nicht mit Lederkombi fahren bei 36 Grad. Das geht einfach nicht. Deswegen versucht mir einfach so ein bisschen Schadensbegrenzung durchzuführen. Anders geht es nicht. Ich würde sagen, ihr schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und zum nächsten Mal.